Moin Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute die App Honeygain angucken und werden, wenn alles gut läuft, passiv Geld verdienen mit Handy und mit dem Laptop, indem wir einfach nur unser Datenvolumen quasi vermieten, sag ich jetzt mal, verleihen und genau, das gucken wir uns jetzt mal ganz genau auf meinem Handy an. So Leute, willkommen auf meinem Handy. Ich habe natürlich einen Reflink genommen. Na klar, zwecks wegen den 5 Dollar. Die Website benutzt Cookies. Plätig Data reicht ja auch. So, wir wollen uns mal anmelden. Oder registrieren erstmal. So, das ist hier übrigens die E-Mail-Adresse, wo ihr uns immer gerne anschreiben könnt. Sign up. So sieht es aus. Wenn man das erste Mal auf seinen Account kommt, hier alles sehr jungfräulich. Muss ich noch mal in der E-Mail-Adresse bestätigen. Ja, dann wollen wir halt mal schnell bestätigen, ne. Dazu sehen wir einfach, Hens, kurz auf unsere E-Mail-Adresse. Hier steht es doch schon Honeygain. So sweet if you to join Honeygain. Willkommen an Bord. Hier, verifiziere E-Mail. Da müsst ihr draufklicken. Wie sei dieser Double-Own-Prozess. Da unten stand es gerade. Mein Account ist verifiziert. Wollen wir uns hier mal kurz einen Überblick verschaffen. Von unten nach oben Freunde einladen. Honeygain downloaden. Das werden wir jetzt natürlich mal machen für Android. Dann klicken wir einfach hier auf Android. Datei herunterladen. Ja, herunterladen. Dann warten wir kurz, bis das Ganze herunterladen ist. Klicken wir mal die Datei einfach an. So, möchtest du diese App installieren? Na, lo, mein. App wurde installiert. Öffnen. Sehen wir uns natürlich einmal alles komplett durch. Ja, so wie immer. Und dann klicken wir hier unten auf I agree with terms of use. Jetzt können wir uns hier angucken, wie Honeygain denn arbeitet. Das überspringen wir aber. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wählen wir nämlich, wann Honeygain denn jetzt arbeiten darf. Use mobile data. A turned off Honeygain will work only on Wi-Fi. Yes. Also ich benutze es nur im WLAN. Und hier kann man sogar das mobile Daten, ähm, so eine Grenze setzen. Und man kann hier sogar sagen, dass Honeygain nur arbeiten soll, wenn, äh, die Batterie lädt. Also, wenn man das Handy am Strom angeschlossen hat. No. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und dann klickt man unten auf Dann. Wäre noch gar nichts verdient. Wie man sieht, alt jungfräulich, ist es noch gar nichts passiert. Dann klicken wir einmal auf More. Lock in sign up. Dann loggen wir uns mal schnell ein. 5 Dollar haben wir schon, weil wir, ähm, ein Reflink genommen haben. Hier unter dem Video ist natürlich auch ein Reflink für euch, damit ihr auch direkt 5 Dollar bekommt. Hier kann man sehen, eine, ähm, ein aktives Gerät, eine aktive IP-Adresse habe ich angegeben. Das ist mein Handy. Ähm, ja, ist sehr benutzerfreundlich, würde ich mal sagen. Dann klicken wir hier mal nochmal auf More. Transaction history, da kann man dann halt sehen, äh, seine Geld-Ein- und Ausgänge. Dann könnt ihr hier die Settings. Use mobile data, share interneted earn, set mobile data, genau. Und hier ist auch eine Hilfe-Funktion. Also sehr übersichtlich, sehr benutzerfreundlich. Mir gefällt es bis jetzt. Payout 25%. Äh, das ist darauf schließen, dass ab 20 Dollar man hier auszahlen lassen kann. So, werde gleich meinen Laptop mit anschließen. Quasi für Honeygame. Und ja, willkommen auf meinen Laptop. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie man die App ganz normal auf den Laptop, äh, raufzieht. Und zwar habe ich mich ganz normal eingeloggt. Und gehe hier auf Get Windows App. Dann sieht man hier unten, lädt er sich die Installationsdatei runter. Hier haben wir sie. Ich habe sie zweimal drauf, zweimal runtergeladen, weil ich so nur für ein richter Typ bin. Dann warten wir hier mal kurz. Drücken auf Next. Das sind wieder die Honeygame Terms of Use, so wie bei der App, wieder auf Next. Ihr könnt da euch aussuchen, wo denn die App gespeichert wird. Wo ihr sie abrufen könnt. Und dann klickt ihr auf Install. Und dann installiert ihr das. Rucki zucki. So, fertig. Jetzt kann ich mich hier einloggen. Das ist übrigens wieder die E-Mail-Adresse, bei der ihr uns immer gerne schreiben könnt, wenn ihr wisst, was wir testen sollen. So, da ist ja auch blöd, wenn man hier hinten dran hängt. Ach, hier steht es schon unten. Aktiv. Also hier unten habt ihr dann, habe ich dann hier Honeygain Balance, 4 und 5 Dollar. Mal gucken, Get to Dashboard. So, gehen wir uns wieder an. Dann müssten ja. Ein zweites, you know. Wir haben also beide. Also einmal mein Laptop und einmal mein Handy. You know. Und dann, wie gesagt, den Rest gibt es jetzt vom Laptop. So, wie ihr sehen habt, sehr benutzerfreundlich, sehr übersichtlich. Ganz normal runterladen. Die Terms of Use bestätigen. Also bis jetzt kriege ich die App von mir 5 von 5 Sterne. Ich kann ja gar nicht, gar nicht meckern. Ja, jetzt benutzen wir das mal ein bis zwölf Wochen. Und schauen dann, wie viel wir denn gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt sich so zwischen 20 und 50 Dollar im Monat so bewegen wird. Ja, wir werden mal schauen. Leute, ihr wisst Bescheid. Das Wichtigste im Leben ist, zu abonnieren. Und einen Daumen hoch geben. Aber noch wichtiger. Abonnieren. Ciao. Bis demnächst. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Jochenra. Das Wichtigste. Das Wichtigste.